Also der IBK hier in Neu-Ulm findet zum ersten Mal statt. Wann hast du zum ersten Mal von der Idee gehört und wie findest du die Idee überhaupt? Ja gehört habe ich von der Idee, glaube ich vor einem Jahr kam eine E-Mail von der Alexandra Link und informierte darüber, dass sowas stattfindet und gleichzeitig kam auch eine Anfrage, ob ich Interesse habe, da irgendwie mich da zu beteiligen mit dran, was ich dann auch gerne gemacht habe und ja, so habe ich davon erfahren quasi. Und die zweite Frage war, wie ich es finde. Also ich finde natürlich, das wurde langsam Zeit, sage ich mal ehrlich, weil gerade in der Szene, sage ich mal in der Blasorchester Szene, muss ich viel tun, finde ich. Also es muss ich viel tun, weil vieles ist falsch gelaufen, muss man sagen. Vieles ist gut gelaufen und das ist natürlich eine Riesenaufgabe in den nächsten Jahren, da diesen Klanghörber Blasorchester jetzt wirklich zukunftstauglich zu machen. Dass er nicht irgendwann doch in irgendeiner Nische wieder versagt und da versuche ich auch meinen Teil beizutragen quasi. Und dafür ist es wahrscheinlich wichtig, dass man sich ja Face-to-Face begegnet und nicht irgendwie nur per E-Mail, per Facebook, per wie auch immer. Genau. Und vor allen Dingen, dass auch jetzt wirklich Musiker zusammenkommen. Das ist sowieso eine Sache, die ich toll finde, wenn also Musiker zusammenkommen und gemeinsam über ihre Hobbys und über das Hobby quasi zueinander finden, sich austauschen. Dann sind natürlich auch die dementsprechenden Arrangeure und Komponisten hier, wo auch die Musiker mal die Leute live erleben dürfen. Sonst sehen sie immer nur diesen kleinen Namen da. Wer ist das eigentlich? Und so können sie vielleicht mal Fragen stellen, warum, wieso hast du das gemacht? Und so. Das finde ich also ist eine absolute, also das ist eine Sache, die sich immer lohnt. So eine Begegnung, sage ich mal. Ja. Also viele Hobbymusiker sind da, die sich hier natürlich für ihr Hobby sozusagen informieren. Würdest du sagen, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast? Ja, das kann man hundertprozentig sagen, ja. Wie bist du dazu gekommen? Also wie kam es dazu? Ja, ich habe natürlich schon von der Kindheit, ich bin natürlich durch die Familie geprägt. Meine ganze Familie macht irgendwie Musik. Also schon vom Urgroßvater über meinen Vater, Opas. Also im Grunde genommen, bei uns wurde noch, ich weiß nicht, ob man das heute noch kennt, Hausmusik gemacht. Zu Weihnachten zum Beispiel. Jeder, das war also Klavier, Geige, ich stand mit der Klarinette und da wurde dann gemeinsam musiziert, zum Beispiel. Und also ich habe immer mit Musik zu tun gehabt und es war immer, ich war immer fasziniert. Ich war einer, bestimmt einer der wenigen, die mit zehn oder elf Jahren schon in ein Konzert gegangen sind. Mit Freude, wo andere Kinder gesagt haben, ich spiele lieber Fußball oder so, habe ich gesagt, wie toll ist das so ein Orchester zuzuhören. Ja. Und das war natürlich, und das, also ich, ich sage mal so, wenn ich, das Einzige, was ich noch hätte werden können, wäre Koch gewesen. Weil das ist noch meine zweite Leidenschaft, Kochen oder so. Aber ansonsten wäre ich, glaube ich, das war vorgesehen, dass ich irgendwas mit Musik machen musste. Selbst wenn ich damit kein Geld verdient hätte, ich hätte es trotzdem irgendwie gemacht, dann hätte ich als sonst was gemacht. Also Musik ist, das ist mein Leben. Ja. Und warum die Klarinette? Warum ist es nicht beispielsweise oder hätte es auch an einer Posaune werden können? Natürlich anders. Ja, ich komme eigentlich von der Trompete. Also ich fing an mit einer, mit der Trompetin. Aber wie es oft so ist, damals Musikschule hin und her, jeder Junge oder so wollte Trompete lernen. Und dann gab es natürlich irgendwie 20 Trompeten und aber keine Holzbläser hin und her. Und dann wurden dann gefragt, Mensch, hast du nicht doch Lust, vielleicht Klarinette? Und dann wurde ich quasi überzeugt auf die Klarinette. Also ich sage mal so, im Herzen bin ich eigentlich noch Trompeter. Okay. Aber ich habe Freude an dem Instrument gefunden und habe es dann auch mit Leidenschaft betrieben quasi. Ist das dann auch der Grund, warum das Medium Blasorchester so faszinierend ist, weil da eben auch die Trompete dann vorkommen oder beziehungsweise viele Klangfarben einfach möglich sind? Ja, ich differenziere mich. Also ich mag natürlich alle Arten von Besetzungen, also natürlich Sinfonieorchester, Kammermusik und Blasorchester das ist ein Teil, was mich jetzt natürlich beruflich natürlich, ist das natürlich täglich habe ich damit zu tun, aber das gehört zum Großen und Ganzen. Also ich sehe Musik als Ganzes. Also ich tue das jetzt nicht nur fixiert auf Blasorchester, wobei es ein schöner Aspekt ist in meinem musikalischen Leben. Ist das vielleicht auf der anderen Seite genau das Problem, dass viele Leute eben doch differenzieren, weil sie Blasorchester sehen, Sinfonieorchester sehen, anstatt es als Musik zu sehen insgesamt? Richtig. Es ist so, weil natürlich das Blasorchester hat, finde ich zumindest, noch nicht den eigenen Klang gefunden. Also es ist noch zu indifferenziert oder undifferenziert. Es ist also, wie sagt das Sinfonieorchester, also nochmal seit Strauß und Berlus wissen wir, wie ein Sinfonieorchester so klingen hat. Das hat sich bis Hollywood durchgesetzt und wird heute noch bis Hans Zimmer, auch wenn sie jetzt mit MIDI-Files arbeiten und mit Sounds und mit Samples, aber der reine Orchesterklang für das große Sinfonieorchester ist festgelegt. Big Band ist festgelegt. Big Band wurde dann spätestens, weiß ich nicht, nach dem Glenn Miller oder was weiß ich, dann irgendwann gab es diesen Big Band Sound, der Egerländer Sound. Irgendwann hat sich er entwickelt, der ist festgelegt. Und Blasorchester ist halt seit Jahren immer noch auf der Suche nach irgendwie und jeder versucht irgendwas und mal ist es gut, mal ist es schlecht. Also es ist noch eine Findungsfache. Und ich finde, das ist, und das dauert noch bis, bis das, aber wir sind auf einem guten Weg. Also die Entwicklung zeigt, dass man langsam versteht, dass auch dieser Klangkörper, Blasorchester, eine eigenständige, wahrhaftige Musik sein kann. Ohne Kompromisse, ohne dass man sagt, naja, eigentlich höre ich es mir dann doch besser vom Sinfonieorchester an. Es ist eine Option, die man sich mal anhören kann. Nein, dass man da steht, einfach hört und in dem Moment vergisst, dass es da steht, es ist der Klang und der ist, der ist authentisch und der zählt. Ja. Ist da das Musikhorn der Bundeswehr, wo sie ja auch gleichmäßig spielen, ist das so eine Art, ja, Vorbild oder kann das eine Vorbildfunktion haben? Vorbild auf jeden Fall. Natürlich Vorbild in dem Sinne, dass natürlich absolute Profis in diesem Orchester spielen, dass natürlich dann wirklich von der, von den dritten, vierten Stimmen bis zu den ersten, bis zu den Solobläsern alles professionell besetzt ist. Ja. Aber ich würde eher sagen Vorreiter, weil das, ich denke, dass Musiker der Bundeswehr hat in den letzten Jahren viel auch Positives beigetragen, um diese Nische, ich sehe es immer noch als Nische, Blasorchester, muss ich dazu sagen, aber im Sinne, dass es wirklich eine Chance hat, nach vorne zu treten, war Wegbereiter. Ich erinnere nur daran, dass der Festakt 25 Jahre Deutscher Einheit in der Frankfurter Oper, dass da die Musik von einem Blasorchester gestaltet wurde, dass eine symphonische Dichtung dort als Hauptwerk aufgeführt wurde und ganz Europa, das Europaparlament, die Kanzlerin, der Bundespräsident, dort saßen und hörten sich ein Blasorchester an mit einem für das Blas, keine Transkription, sondern ein Stück für Blasorchester geschrieben, wurde da gespielt und ich kann Ihnen, ich war ja live dabei, ich kann Ihnen sagen, also nach dem Empfang kam keiner an und sagte, na ja eigentlich müsste doch jetzt ein Sinfonieorchester gespielt haben. Das hat gar keiner gemerkt, weil es war perfekt in dem Moment, der Klang war da, es war alles da, die Emotionen waren da und darum ist das Musiker natürlich absoluter Vorreiter, weil sowas gerade in Deutschland hat es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben, sagen wir mal. Das hatte natürlich auch mit der Musik zu tun, die dort gespielt wurde und mit dem Rahmen, der dann da war. Richtig. Sie haben das Werk komponiert, diese Freiheitssinfonie. Freiheitssinfonie, genau. War natürlich ein Auftragswerk, beziehungsweise ein Werk für das Musikchor der Bundeswehr. Ja, es sollte eigentlich gar nicht so, das war eigentlich erst viel kleiner gedacht. Wir wollten einfach nur einen Beitrag, beziehungsweise der Chef des Musikchors der Bundeswehr, Urs Leutnant Christoph Scheibling, kam 2013 an mit der Idee, Mensch, für 2014, 25 Jahre Mauerfall, lass uns doch einen Beitrag dazu und da hatten wir zuerst gedacht, wir machen irgendwie vielleicht ein Medley aus dem Ost- und Westlieder und so, das war so und dann habe ich aber quasi, wenn ich das jetzt erzählen darf, kurz, wir können ja schneiden, wir schneiden und dann kam natürlich die und umso mehr ich mich damit befasst habe und dann kam immer mehr, ich selbst im Osten groß geworden, meine Familie verfolgt durch diesen Staat, also und dann merkte ich, das ist natürlich meine Geschichte, die ich erzählen kann, das ist irgendwann und dann kam immer mehr und dann wusste ich, es muss größer sein. Erst waren es fünf Minuten, dann sage ich zum Chef, nee, das reicht nicht, wir brauchen das, ich muss das erzählen, nein, ich brauche eine Orgel, nee, ich brauche noch einen Chor, ich brauche, und dann wurde das Ganze wirklich richtig groß aufgeblasen und letztendlich ist dann das entstanden, was dann entstanden ist und was dann die Leute, also quasi, so komponiere ich auch, also ich komponiere, ich möchte meine Empfindungen versuchen, den Leuten irgendwie darzulegen und das ist für einen Kommunisten das größte Glück, wenn er das schafft. Das schafft man natürlich nicht mit jedem Stück, aber in dem Fall hat es funktioniert, dass auch andere Leute meine Gedanken nachvollziehen konnten. Meine Sachen, die ich so geschrieben habe, konnten die auf einmal nachvollziehen und dann hat das diese Wirkung gehabt, die es dann gehabt hat. Wie geht man an so einen Werkrand, Sie haben schon gesagt, Sie haben Ihre eigenen Erfahrungen mit reingebracht, Ihre eigene Geschichte auch mit reingebracht, ist das dann Inspiration und dann fließt es einfach so aufs Notenpapier oder ist es dann schon auch harte Arbeit? Also gut, man muss sagen, komponieren, das macht ja jeder Komponist das anders, also man kennt es ja aus Geschichten, also Maler ist ja verzweifelt an seinen Kompositionen am Klavier und hin und her, der hat ja dann, weil er wirklich am Klavier hing und alles revidiert hat und hin und her, dann gibt es welche wie Strauß, der setzt sich in sein Landhaus und schreibt da die Alpen-Sinfonie zum Beispiel, so also und bei mir ist es so, ich setze mich also nicht an die Partitur und so, jetzt fang mal an und schreibe, funktioniert bei mir auch nicht. Also ich versuche alles erstmal zu entwickeln für mich, das heißt also, so ein Stück wie Wir sind das Volk zum Beispiel, das hat Wochen gedauert, bis ich das im Kopf habe ich keinen Ton, vielleicht ein paar Skizzen gemacht, so ein paar Phrasen, wie ich so vielleicht, aber und dann immer wieder jeden Abend drüber nach und das könnte das und das und das und das und irgendwann, irgendwann war dieses ganze Stück dann für mich im Kopf fertig, so. Und dann ist das, das ist das, dieses Zeitersparnis, die man hat und dann kann man sich nämlich heransetzen und malt im Grunde genommen einfach nur das ab, was man in sich, es ist ja alles da, man kann und dann können sich gar nicht vorstellen, wie das, man kommt ja gar nicht mehr hin hinterher, weil die Gedanken viel schneller sind, das muss ja, weil man so schnell kann man ja gar nicht schreiben und deshalb kann man so ein Werk, kann man dann innerhalb von, ich weiß nicht, glaube ich acht Tagen zu Papier bringen und aber die Vorarbeit, die ist dann da, also wie gesagt, also ich, das habe ich mir abgewöhnt, wirklich am Anfang habe ich es noch so gemacht, aber die letzten zehn, 15 Jahre, ich schreibe nichts mehr, wenn ich nicht weiß, was ich schreibe. Also ich setze mich nicht mehr an eine Partitur an, dieses leere Blatt, das ist tödlich. Die sitzen, die können zwei Stunden vor so einem Platt Papiersaal sitzen und es passiert nichts. Und dann drehen sie durch. Das ist echt schlimm. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das ungefähr nachvollziehen können, wenn Sie diesen, und das, diesen, diesen Zwang setze ich mich einfach nicht mehr aus und versuche dann das wirklich alles erstmal entstehen zu lassen und wenn es dann fertig ist im Kopf, dann kann ich das ohne Probleme abschreiben, kann natürlich dann noch ein paar Korrekturen machen, klar, logisch, dass man dann nochmal guckt, wo, aber im Prinzip der Rahmen steht und dann ist es wirklich, dann macht es auch Spaß. Mhm. Und dann kommt auch, dann ist es auch ein Fluss, dann hört man das auch. Ja. Also auch das Publikum spürt das, dass das nichts Konstruiertes, nichts mit dem Rechenschieber irgendwie versucht oder nicht, dass man merkt, dass er hier drei Tage weg war, wo er im nächsten Takt so ungefähr, sondern dass das ein Kuss ist quasi, ja. Wie ist es so von der, von der Zeiteinteilung, sag ich mal, wie viel Ihres Berufslebens sind Sie Clarinetist und wie viel Komponist oder ist das, geht das ineinander über? Ich denke mal, ich bin zu 100% Clarinetist, Musiker der Bundeswehr, geht gar nicht anders, weil in diesem Orchester, das ist ein professionelles Orchester, man kann nicht zu 50% Clarinetist sein in dem Orchester. Ja. Ich sage, ey, was ist mit dir los? Also bin ich zu 100% Clarinetist, aber auch zu 100% Komponist. Mhm. Und die Zeiteinteilung, das muss ich dann halt sehen, wie ich das dann mache. Dann ist halt, nach Dienst beschäftige ich mich mit der Komponierei und mit dem Arrangieren und während Dienst bin ich Bestandteil des Musikers der Bundeswehr und das zu 100% natürlich. Mhm. Geht gar nicht anders. Das ist professionelles Arbeiten. Alles andere wäre unprofessionell. Der Workshop hier beim IWK, da geht es um den absoluten Klang im Blasorchester. Was ist da Ihre Vorstellung? Was ist der absolute Klang? Der absolute Klang ist für mich, dass immer, also eigentlich schon das, was ich jetzt versucht habe zu erklären, aber im Grunde genommen, dass halt immer alle, also es hat viel mit Physik auch zu tun, dass immer alle Obertöne da sind. Weil wir Menschen vom Gehör her, wir können es nicht ertragen, wenn irgendwie was muffig oder nicht so richtig klingt oder so. Das können wir auf Dauer nicht ertragen. Man kann sich das ungefähr so erklären, wenn man sich einen Stoffen im Ohr stellt. Aber das ist auch irgendwie komisch, wenn jemand spricht und man hat irgendwas auf oder so. Also brauchen wir immer einen absoluten Klang, wo alle Obertöne vorhanden sind. Und da, und das ist natürlich im Blasorchester schwieriger, weil ein Sinfonieorchester natürlich durch den Streichapparat, das trägt natürlich alle anderen Instrumente mit und da ist es überhaupt kein Problem. Aber im Blasorchester durch physikalische Gesetze, durch obertonarme Instrumente, die dann die Obertonreihe abschneiden zum Beispiel. Das ist vielfach gesimpeler, aber jetzt vom Prinzip her. Und dann entsteht natürlich dann oft so eine Wolke, wo nichts mehr differenziert ist und da kann keine Musik entstehen. Also Melodien, Harmonien, ist alles zweitrangig. Erst kommt der Klang. Der Klang ist das Wichtigste überhaupt. Ohne Klang kann keine Musik entstehen, weil nur über Klang kann ich dem Publikum was vermitteln. Ich kann ihn auch dazu bringen, dass er das nicht gut findet, wenn ich das möchte. Aber ich kann ihm auch so ein Gefühl vermitteln, dass das jetzt echt ist und dass das alles funktioniert und dass das, ja, das bewirkt halt Musik. Und das geht nur über einen perfekten Klang und da hat natürlich die Instrumentation viel mit zu tun. Und ist das dann die Hauptaufgabe des Dirigenten, das zu erreichen oder eine Aufgabe des Dirigenten? Es ist erstmal die Hauptaufgabe der Komponisten und Arrangeure, das zu erreichen. Dass die erstmal eine vernünftige Partitur schreiben, dass da ein gewisses Fachwissen da ist, dass da ein Wissen über was, weil auf der Partitur sieht alles irgendwie gut aus. Und dann wundert man sich oft, wenn es dann live gespielt wird, warum funktioniert das nicht? Das ist die Grundfrage. Und wenn das stimmt, dann ist es natürlich eine Aufgabe eines Dirigenten dann natürlich, durch, 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 wenn er das entdeckt, was der Komponist denn wirklich klanglich da will, die letzten Obertöne dann rauszuholen und das alles musikalisch umzusetzen. Wie viel, ja, welche Aufgabe ist dann der, ja, der Musiker muss es natürlich umsetzen, letztendlich. Klar, was der Dirigent von ihm will, sozusagen. Aber ist es die alleinige Aufgabe des Dirigenten dann? Oder ist der Musiker das schon auch mitverantwortlich? Er muss ja auch bestimmte Dinge hören dann, also nicht nur, was der Dirigent von ihm zeigt, sondern auch mitmachen wird. Ja, ich weiß, was ich meine. Ich bin ja nun auch praktizierender Musiker. Und ich habe nur festgestellt, weil ich ja auch schon viele Dirigenten, mit vielen Dirigenten gearbeitet habe, dass also ein Orchester wirklich das, der Dirigent ist wirklich das Wichtigste vor einem Orchester. Also ein Dirigent prägt das Orchester. Er kann natürlich, weil der Musiker an sich, der ist, wie er ist. Er ist, entweder ist er vorbereitet und dann kann er das spielen, oder er ist nicht vorbereitet, dann kann er das nicht spielen. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber die Musik aus den Stücken zu holen, das obliegt absolut dem Dirigenten. Und je nachdem, was er ausstrahlt, das hat gar nicht mal was mit Technik zu tun. Das hat was mit Vermittlung zu tun, mit Persönlichkeit. Und es kann die tollsten Orchester brechen ein unter einem schlechten Dirigenten. Brechen ein, das ist unglaublich. Und das sind dieselben Musiker, die spielen dieselben Töne. Und es ist wirklich, also das ist für einen Laien vielleicht gar nicht so nachvollziehbar, aber das ist unschätzbar, was ein Dirigent für das Orchester bedeutet. Das ist, wie man einen mitnimmt, wie man, da ist ja jedes Augenzwinkern, jede Geste. Das spürt ja, der Musiker weiß was. Und wenn da natürlich nichts kommt, das nimmt auch der Musiker an. Da kommt nichts, dann will er das vielleicht nicht. Dann soll von mir also auch nichts kommen. Also das ist Dirigent eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Wirklich, muss man schon sagen, ja. Wann war das letzte Mal, dass Sie einen Kollegen beneidet haben? In Sachen Komposition oder als Instrumentalist? Als Instrumentalist, ja. Da muss ich dazu sagen, Neid kommt in meinem Leben eigentlich nicht vor. Es ist wirklich so. Ich kann dieses Neid empfinden, habe ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich kann also, ein Beispiel, wenn mein Nachbar mit einem Porsche VW hat, dann finde ich das, dann sage ich super, Mensch ey, das finde ich toll. Also ich gönne jedem alles und ich schaue zu Kollegen, die fachlich toll sind, tolle Komponisten zum Beispiel, da schaue ich auf oder versuche mich an denen zu messen, gucke und versuche. Umgedreht ist es genauso, wo ich meine, da ist nichts dahinter, die durch innerlich dann vielleicht verachten sogar. Also das muss man aber natürlich, aber ich habe dieses Neidgefühl, ich freue mich für jeden und für jeden. Oder wenn ein Klarinettist aufsteht und unser erster Soloklarinettist, was ein toller, der Jochen Bayer, ganz tollen Soloklarinettisten, wenn der spielt, das finde ich einfach nur schön. Und ich könnte es wirklich in der Form nicht, diese Nerven hätte ich gar nicht. Und da entsteht kein Neid. Da bin ich einfach stolz, dass ich in diesem Register sitzen kann und mein Kollege da vorne so einen tollen Töne spielt, muss ich sagen, ja. Okay. Wann war das letzte Mal, dass Sie eine Schreibblockade hatten? Oh, das, da hatte ich ja gerade erklärt, passiert nicht mehr, da ich das sonst nicht schreibe. Also dann lasse ich es. Also wenn ich, wenn ich, ich mache ausschließlich Auftragskomposition und befasse mich dann wirklich mit denen. Und also habe ich so wirklich, also auch wenn es blöd klingt, ich versuche mir das fernzuhalten, weil das ist, das ist das Schlimmste. Also wenn das passiert, boah, da kann man, ich glaube, das ist, da würde ich durchdrehen. Okay. Weil das natürlich, weil es gibt ja keine Hilfs, was soll man dagegen machen? Ja. Oder haben Sie ein Rezept dagegen? Was man da machen? Weiß ich nicht. Ich, also, du, nee, wir waren beim du. Entschuldigung. Ja, du, ja. Wann war das letzte Mal, dass du jemandem erklären musstest, wo Torgau liegt? Oh ja, ja, das Schlimme ist immer Torgau. Ah, Müller-Torgau. Das ist schlimm. Müller-Torgau mit T-H. Also Torgau, T-O-R-G. Eigentlich eine sehr historische Stadt in Sachsen an der Elbe. Sogar mal vor Dresden, noch vor vielen hundert Jahren Hauptstadt von Sachsen gewesen. Ist eigentlich eine sehr historische und tolle Stadt, kann ich nur jedem empfehlen. Ich mach's mal in die Kamera, mal vorbeizukommen, obwohl ich da jetzt nicht mehr wohne. Ich bin ja jetzt Rheinländer geworden. Und, aber prinzipiell immer erklären. Komischerweise kennt diese Stadt keiner. Ich weiß nicht, woran das liegt. Den Torgauer-Marsch, den kennt man. Torgauer-Parade-Marsch. Falls es für die Plan ist, den kennt man. Und wann war das letzte Mal, dass Sie gedacht haben, hätte ich mal was ordentliches gelernt? Nee. Das, ich hab was ordentliches. Es ist wirklich, also wie ich schon gesagt hab, wenn man so mit Leib und Seele wie ich in der Musik lebt, von früh bis Abend 24 Stunden und hin und her. Ich geb das auch an meinen beiden Töchtern weiter. Und meine Frau unterstützt mich da auch dabei und weiß, was ich für ein verrückter Typ bin. Und alles dreht sich um Musik und das. Ich kann nur, also nein, auf keinen Fall. Ich möchte nichts ordentliches lernen. Alles klar. Das war's schon. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Vielen Dank.